Ja, Mann, wo kommst du denn jetzt her? Entschuldigung, ich hab den falschen Eingang benutzt, tut mir leid. Ja, da ist eine Tür hier links. Das ist die Küche, du bist durch die Küche gegangen. Ja, tut mir leid, Entschuldigung. Willst du den neuen Koch? Ne, also ich könnte, ich hätte auch Lust, aber... Du bist der neue Koch ist da! Echt? Ja, ich könnte kochen. Sei es, Mann. Komm, ich bleib mal zu was. Tut mir leid. Folg mit dem Kompanyero, der gibt, was du brauchst. Ja, perfekt, wunderbar, danke Ihnen. Bueno. Nee, ich hab's schon mit Absicht gemacht, aber... Das ist fantastisch. Ja.